und damit ein recht herzliches willkommen zurück bei minecraft in unserem imperialen städtchen mit uns haben dass der den ohren schlackert das ist mein erstes kamel so unser pferdchen lassen wir hier das kamel kann sprinten ist wahrscheinlich weil sie da so schnell wie ein pferd hat aber auch noch den hier hat es noch so jetzt müssen wir erstmal gucken wo wir kommen jetzt her bei allen kameligkeit wir müssen erst mal gucken gut wurde jetzt der tempel erst hinten ja da ist der tempel dort haben wir noch eine stadt dort ist der pillager aus müssen wir wünschen erstmal besuchen gehen wir sind natürlich keine pillager wenn man noch viel spielen einstellen können aber jetzt so erstmal das war egal Es ist auf jeden Fall ein Dens. Es ist gar nicht drin, wahrscheinlich erst wenn hier ein neues Bomben wollen will. Das wäre ein Arschloch. So, drüben ist das Dorf. Da kann man jetzt nicht hin, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Dings ist. Ich weiß gar nicht, wie wir mit dem Kamel nach Hause kommen sollen. Das wird wahrscheinlich krepieren. So, da reiten wir mal zu dem Dorf noch hin. Da ist der Tempel. Wir müssen hier auf jeden Fall noch mit imperialer Präsenz auftreten. Da haben wir gleich ein Wüstendorf, das wir ausbauen können. Da machen wir das große Dorf zur Hauptstadt dieses Bereichs. Und da sind die anderen zwei kleinen Dörfchen da zum Dörfchen. Da haben wir gleich Rossharnische noch unten. Das ist ja geil. Wo waren wir eigentlich unterwegs? Wir wollten nach der drüben, oder? Ich weiß nicht mehr, wo wir hinwollten. Ich weiß schon, wo wir hinwollten, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Wenn das schön ehrlich sein soll. Könnte man da irgendwie einen Spezialsattel bauen? Die Kachit Wüsten sind das hier. Oh, ich wollte gerade Oblivion hören. Kachit Wüsten. Fängt sie mir erst noch durch, wenn hier noch ein Dorf irgendwo ist. Noch eine schicke Kläger-Einsiedlung, das ist ja geil. Da ist noch ein Kamel. Da ist noch ein Kamel. Ist das niedlich. Da ist noch ein Kamel. 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 wo sind wir denn hier ach so und leider nebengebaut das sind wir eigentlich so weit durch das haben uns angeguckt hier gibt es nicht so viel was von interesse wäre da ist nur noch ein tempel ich spreche ab da ist noch ein pillager ausmisten eigentlich dürfen wir die tempel auch die blüten dornen schmiede vorlage dünne rüstungs das ist natürlich richtig fern sie eigentlich dürften mit im sind die den Diamanten nehmen wir auf jeden Fall mit. Melody. Wie lange schnacken? Achse im Nacken. Eigentlich hätten wir uns die Schmiede vorlogen, die mitnehmen dürfen. Aber ich war mal so frei. Ist das da? Ist das Lava? Scheint Lava zu sein da. Ja, ist Lava. Was ist das da? Ach, hör auf, da ist ein Tor. Kleine Hühnchen lass mal die äh Hühnchen, die kleinen Dings lass mal leben. Was ist das? Rechte? So? Der Rechte oder was? Ist ein Tor, oder? Es scheint mir ein Tor zu sein. Blivier im Tor, Alter. Oh. Sind die Dürfer? Ah, mit nem Golddings oben drauf. Egal, wir finden hier zu viel. die Dämmchen dort nicht. Wie geht's? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ach so okay das ist bei denen dann so da steige ich dann ab quasi und dann ist wie bei den pferden halt so ne vielleicht erkenne ich irgendwas wieder ich glaube aber nicht das sieht doch geil aus hier mit den inseln aber von dir kommen das hätte ich gesehen ich werde mir mal die koordinaten unsere unsere heimat suchen müssen ja irgendwo rumliegen wo ich denke wo sie rumliegen könnten sollten und dann werden mal sehen wie wir von sich aus nach hause kommen sagen sehen wir uns einfach in der nächsten folge danke für das bei sein bis zum nächsten mal und ich sage tschau evt v